Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stoneheart. Hier könnte ich jetzt tatsächlich Banner kaufen, sehe ich gerade. Hier sowas, wollte ich doch ein Workoutfit. Das habe ich das letzte Mal vergessen. So, bei Stoneheart sind wir zurück und wir haben immer noch die Gruft im Bau. Und ich hatte da das letzte Mal einen Verzweiflungsfall sozusagen. Aber, schau einen an. Wenn man den jetzt da hinsetzt und dann sagt versetzen, dann auf einmal geht's. Oh, habt ihr gehört hier? Das funktioniert jetzt zuverlässig. Hier ziehen sich die Leute die neuen Anzüge an und sind fortan als Arbeiter viel schneller unterwegs und können diesen Grabstein endlich mal versetzen. Also, dann geht's los mit dem Bau hier dieser Kammer. Dann machen wir das so und so, wie hier drüben auch. Die einzige Möglichkeit, mit dem Grabstein halbwegs was Vernünftiges zu machen, in meinen Augen. Und, ähm... Setz ihn bitte hin. Setz ihn hin. Mach mich wahnsinnig. Ich habe ihn jetzt einfach mal zum anderen Beruf gemacht. Was ist jetzt mit dem Grabstein passiert? Was ist jetzt mit dem Grabstein? Was ist... Er macht mich wahnsinnig. Er wird mich so wahnsinnig. Das ist... Alter, ich habe das nicht verdient. Du bist jetzt wieder Arbeiter und jetzt spuck den Grabstein wieder aus. Alter, dieses Game. Es hat meinen Grabstein gefressen. Lüvi. Lüvi, wohin bist du? Oh Mann. Es ist egal. Jetzt ist es mir... Jetzt so langsam... Bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich sage, es ist mir egal. Finish Editing. Bild, jawohl, Bild. Und hier auch. Jawohl. Ja. Jawohl. So. Supi. Dann, äh, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Dach über dem Kapäufchen hier. Ähm. Es ist die gute Frage, wie wir das, äh, Ding... ...in schön hinbekommen. Und das wäre ganz sinnvoll. Also, erst mal die Frage, was für eine Dachfarbe nehmen wir? Nehmen wir rot, nehmen wir was blaues, nehmen wir hellen Stein, dunklen Stein, roten Stein. Wir nehmen die Wandfarbe, oder? Vielleicht ein bisschen heller. Oder so im Wechsel, hell, dunkel, hell, dunkel. Mal gucken. Auf jeden Fall, hier drin soll es eine Kuppel geben. So, wenn die hier runterkommen... ...so. Du kommst wieder weg. So, da hätten wir das. Dann sollten wir hier also noch... ...sollen sich halt nicht in den Kopf stoßen. Das war jetzt so mein Hintergrundgedanke. Aber andererseits, das ist hoch, ne? Der Eingang ist ja bereits sehr hoch. Ich mach's trotzdem noch so einen... ...ticken... ...höher und dann... ...dann denke ich, passt das, oder? Hm. Was ist das kompliziert? Ne. Finish. Remove. Remove this building. Wir machen direkt hier die Kuppel. Das hilft ja alles nix. Ja. Nur, wie mach ich eine Kuppel? Jetzt müsste ich ja die nächste Reihe... ...nach innen versetzt machen. Das heißt, ich müsste eigentlich immer zweier Reihen machen. Weil ich kann ja keine schwebenden Blöcke platzieren. Das kann das Spiel ja nicht. Schon ein Stück weit zurecht. Und hier ist die Frage, ziehen wir das bis hier? Also hier ist die Wand an den links entlang. Also müssen wir es bis da ziehen. So, damit das symmetrisch ist. Symmetrie. Ihr wisst. Das A und O. Sollte irgendwie meinen Spruch... ...meinen Spruch für einen Kanal... ...mal entwerfen. Let's Plays mit Symmetrie. Andere haben so mit Sinn und Verstand... ...mit Herz, mit... ...ne, hier, mit Symmetrie. Das... ...ä... ...ist wichtig. Herz. Kann jeder. Aber Symmetrie! Ah, ist das schwierig. So, das... ...ähm... ...können wir so machen. Ich bin gespannt, ob das... ...ne Kuppel gibt, wie sie sein soll. Weil ich sehe irgendwie nichts. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe nichts. Ich sehe fast nicht, was ich hier baue. Weil das irgendwie mit den Kontrasten hier, ne? Wie immer... ...so wahnsinnig schwierig ist. Das zieht man da rüber. Und dann noch die Bäume, die einen dann ab und an die Sicht versperren und es einem nicht ermöglicht machen, zu bauen an manchen Stellen. Das hier jetzt zum Beispiel konnte ich gerade nichts ansetzen, weil da ein quasi... ...quasi unsichtbarer Baum im Weg ist, der schon auf durchsichtig geschalten ist, aber irgendwie nicht durchsichtig sein will. So, äh... Ja, und jetzt? Wie komme ich jetzt in die nächste Ebene? Ich könnte es über die Ecken machen. Dass wir immer in die Ecken gehen. Hier, hier... Hier, hier und hier. Und dann hätten wir darüber immer die nächste Ebene, die es auch relativ einfach machen würde, zu bauen. Komm, so machen wir das. Und... So, und dann wieder in die Ecken. Wird eine ganz schön hohe Kuppel. So, so. So, und... So, zack, zack. Ich sehe was, was ihr nicht seht und das ist unsymmetrisch. Die Säule. Alter, ich gehe gott. Moment, ich hätte jetzt dieses ganze Dach hier eins kürzer machen müssen. Ist das euer Ernst? Was passiert denn jetzt, wenn ich das hier... Ich ziehe es jetzt erstmal durch. Was passiert denn, wenn ich... Ich komme hier auf jeden Fall über die Säule drüber. Von der Höhe zerstört sie mir nichts. So, wenn ich jetzt hier quasi einen Deckel drauf setze, dann sieht doch keiner was von der Unsymmetrie. Außer, dass ich jetzt hier theoretisch noch zwei drauf setze, aber das ist Käse. Also, ich denke mal, dann könnte man das... So richtig Kuppel, wie sie sein sollte, ist es eigentlich auch nicht. Ich meine, ich müsste die eigentlich rund machen. Das war so die Idee. Aber ich würde aus einem ecklichen Baum eine runde Kuppel zaubern. Das ist alles so ein bisschen... Was ist, wenn ich jetzt hergehen würde und einfach nur sage, wir nehmen hier die Ecken mal weg? So. Hm. Also, es ist auf jeden Fall schon besser, wenn wir die Ecken mal ein bisschen wegnehmen noch. Aber es sieht eigentlich nur hier vorne gut aus, wo Gras drunter ist. Hier hinten ist Mauertunter, da sieht es nicht so gut aus. Ja. Ja, 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 ja. Was soll man da sagen? Äh. Keine Ahnung. Ich, äh. War nicht schon wieder. Komm, Leute. Muss das sein? Invaders! Space Invaders! Äh, hier sind sie alle versammelt. Auch die... Schwertis? Nee, nicht wirklich. Wir machen unsere Gruppe... Party Number One hierhin. Und sagen... Und sagen... Äh... 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 So knapp. Okay. Ähm... 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 Leichen ein bisschen schöner bauen kann. So richtig zufrieden bin ich wahrlich nicht. Hier die Plätze, wie gesagt, die will ich nutzen. Äh... Hier den Eingangsbereich. Ja... Ähm... Ja, ne? Also... Ich komm, wir bauen dieses Ding. Äh... Sei es drum. Ist ein wenig Kontrastes drin. Ich glaube, beim Dach tut es immer ganz gut, wenn man verschiedene Farben miteinander kombiniert. Das haben wir auch hier, als ich mal den Dachdecker gespielt habe, gemacht. Ich weiß nur gerade nicht, warum wir es nicht sehen. Oh, doch, da sehen wir es. Aber, ja, das ist auch nicht so krass. Aber hier ist es hell. Diese Ebene ist dunkler. Die ist wieder hell. Oder hell leer. Ähm... Die Autodächer, die, also die, die automatisch erzeugten, die haben diese, 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 ja, wie soll man sagen, halt, ne? Diese Akzente so gesetzt. Das ist aber halt... Sieht jetzt auch nicht so toll aus. Also... Hier passt es, ne? Also hier ist es schon schön. Ich denke mal, dadurch wirkt das Dach einfach so ein bisschen, ein bisschen besser. Hier bin ich mal gespannt. Wenn das jetzt so ein einfarbiger Klotz wird, kann schon sein, dass man kaum irgendwie die Kontraste... erkennt zwischen den Stufen. Aber so, so gesehen ist es irgendwie erstmal ziemlich hässlich. Also, sauhässlich, ehrlich gesagt. Aber egal. Wir haben es probiert. Aber ein Bestes gegeben. Es war nicht viel. Wie, wie steht das dann im Zeugnis? Er oder sie bemühte sich redlich, redlich. Das ist ungefähr das, was wir hier dann haben. So. Wie sieht es denn hier aus? Da hinten, das... Ach was. Warum? Ach, Kacke. Habe ich den nicht... Habe ich da nicht... Das ist aber... Vermisst. Habe ich wohl nicht im Bau gegeben. War wohl ein separierter Bau da hinten. Mal schauen, ob das jetzt noch kommt. Damit der Kopf wenigstens nach hinten noch so ein bisschen Auswirkung hat. Das war ja so bei der vorletzten Folge, glaube ich, dann notgedrungen nötig, dass wir den Kopf verändern, damit wir hier überhaupt weiterbauen dürfen. Ja, und hier brauchen wir noch eine Treppe. Leiter vielmehr. So. Das wird... Das wird... Die Leiter wird automatisch gebaut, wegen dem Kreuz nenne ich es mal. Das passt. Und hier müssen wir jetzt schauen, dass wir einfach nur diesen Pinöckel da hochziehen. Da bin ich mal gespannt. Komm, wir machen das mal schnell. Schauen, wann einer kommt und da was setzt. Dann kann ich ganz flott die Leiter da dran flatschen. Und äh... Oh. Nein, 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 nein. Aus, stopp, Moment. Stopp, halt, nicht, nicht, nein, lass das. Scheiße. Weg damit. Der hat die Leiter davor gesetzt. Der Vollidiot hat die Leiter davor gesetzt. Mann, 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 mann. So, dann kommt der nix mit dem Steinchen. Warum muss ich dieses Schwert so lang bauen? Es wird eh der Blitz drin einschlagen. Irgendwann. Pro Blitz. Ich hoffe, ihr hattet nicht diese schlimmen Unwetter abbekommen, die ja teilweise hier über Deutschland niedergegangen sind. Das war ja auch heftig jetzt die letzten Tage nach der Hitze. Dann haut es die Unwetter runter. Meine Güte. Die sind halbwegs verschont geblieben. Aber so einige Regionen, schon krass. So. Komm, das ist nur ein Stein. Stattdessen bauen die jetzt wahrscheinlich lieber mein hässliches Dach hier. Ist dieser Grabstein von Levi einfach weg? Ich finde das immer noch so schlimm. Einfach weg. Einfach weg. Keine Erinnerung mehr an Levi. Ausgleich an Levi. Levi loves you. Ja, aber das hier wird ganz gut gebaut. Muss man ja mal sagen, das geht relativ flott. Naja. Naja, ne. Also für den ersten Wurfei in der Gruft hat dann eher was hier oben von der Pyramide. Weißte. Schwierig. Sehr schwierig. Ich meine, ich hätte jetzt hier hochziehen können irgendwie noch so ein bisschen, dass das raussteht. Und dann dem Ganzen ein klassisches Gruftdach. Also eckig hier irgendwie ein bisschen verschnörkelt mit anderen Farben. Aber ich wollte halt mal versuchen, eine Kuppel zu machen. Nur eine Kuppel. Ja, ist schon nicht ganz so einfach hier zu realisieren. Ja, also Schwert wollen sie nicht. Die sind nicht so, die sind nicht so hier für Gewalt und Schwerter und so. Da hat die Statue erst einmal das Nachsehen. So, zu, zack, fertig. Dann, dann wollte ich ja eigentlich nur schauen, ob man hier einfach ein paar Plimal setzen könnte. Und hier habe ich es gemacht, so. Na komm. So. So. Dann, da. 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 Und, äh. Hier. Und, äh. Na komm. Da. So. Gleich haben wir es. Kleinen Moment. Da. Und, äh. Hier. Hier nochmal. Und, äh. Zu guter Letzt, äh. Auch dort. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn man... Das war mir so klar, dass ich... Ich finde das so schade, dass man manche Items einfach nicht so in die Mitte... Ich würde das so gerne in die Mitte von vier Feldern setzen können. Äh. Wie sieht das aus? Na komm. Machen wir es halt so. So. Und dann brauche ich noch 15 davon. Ne. Wie viel brauchen wir noch? Noch sechs Stück, glaube ich, dann jetzt. Oder? Wie setzen wir es denn? Auch nur vier oder? Ne. Hier vorne auch noch. Vorne auch noch sechs Stück dann noch. Was? Okay. Da wurde noch irgendeiner gerade... Zerkstückelt. Von wegen. Von wegen. Alles friedliche Siedler. Oh. 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 Hier ist noch eine. Hier ist das. Das ist Leafy. Die ist aus der Gruft aufgestanden, weil sie ihren Grabstein nicht bekommen hat. Richtig was los hier. Wenn das weg ist, mache ich die mal aus, damit die... Genau. Damit die da hinlaufen. Weil das waren jetzt keine Stadtwachen, die hier gekämpft haben. Und ich will nicht, dass da irgendwie doch noch einer ernsthaft in Bedrängnis kommt. So. Wunderbar. Die Bedrohung ist auch weg. Das meine ich, die viele. Nicht übel. Schön. Ähm. Genau. Passiert nix. Wenn ich sag das weg. Passiert nix. Hä? Aha. So komme ich in die Gruft rein. Das ist gut. Das ist auch gut. Okay. Geht doch. Dann da. Zack. Zack. Und hier noch. Und da noch. Und ja. Für Leafy immerhin ein paar Fackeln gibt es noch. Aber... Das ist echt schade mit dem Krasch. Ich möchte mal wissen, was da wieder schief gelaufen ist. Das ist... Manchmal fragt man sich ja was in... Was mit diesem Game da vor sich geht. Was mache ich mit diesen komischen Kammern da hinten? Das ist jetzt nur noch so ein Mini-Durchgang da irgendwie... Ah. Ne? Erste Gruft. Geht sicher besser. So. Wir machen wieder... Komm wir machen es aus. So. Haben wir das. Ja. Unsere Pyramide von Buxtumhude. Ey. Das gibt es doch gar nicht. Was ist hier los? Was ist los mit den Invaders? Ähm. Hier sind überhaupt 1000 Meldungen. Neun. Ich kriege neun? Ne. Eben nicht. Eben nicht. Jetzt brauche ich nur noch Nahrung. Ich sage bloß, es scheitert an ein bisschen Nahrung. Nein, das kann nicht sein. Vor allem, wie viel braucht man denn da? Drei Lager voll oder wie? Meine Fresse. Das ist ja unglaublich. Also weg damit. Waren hier nicht noch irgendwo andere Büsche? Da waren noch Büsche. Nehmen wir die auch noch. Wird alles eingesammelt. Dann muss ich beim nächsten Händler, der hier reinrollt, dann schauen, dass wir doch noch ein bisschen Nahrung kaufen. Ist ja sehr krass. Die Anforderung. So. Äh. Äh. Macht der Mason was? Irgendwie schon und irgendwie nicht. War ich jetzt blind? Ich muss doch noch von diesen Dingern haben. Hier. Da. Levy. Moment. Wir setzen die mal wieder. Ich kann die nicht. Und da geht's. Hä? Ich probiere jetzt nochmal Levy umzusetzen. Aus dem Lager heraus. Ist ja faszinierend. Sehr faszinierend ist aber auch, dass ich irgendwie keine weiteren von diesen kleinen Fackeln angezeigt bekomme. Obwohl der werte Herr hier fleißig die Dinger gebaut hat. Frage mich nur wo er sie hin tut. Da. Zum Beispiel. Stone Place hier. So. Und dann tun wir den. Da. Er hat die wahrscheinlich alle aufeinander gestellt hier. Das sieht fast aus, als würden die alle auf einem Flex sitzen oder so. Hm. Gib mal Gas. Gib mal Gas. So. Wir machen nochmal das Dach weg. Zack. Halt. So. Okay. Die Fackeln wären drin. Und auch hier drin wollte ich ja so ein bisschen eine kleine Beigabe machen. Sozusagen. Und machen wir hier aber auch einfach Blumen. Hilft ja alles nix. Ja, ist total nett. Das geht wieder nicht. Wie soll? Moment. Vielleicht mit denen dann. Einmal. Einmal. Zweimal. Machen wir es halt so. Und äh. Ja, wie gesagt. Bei Leafy. Da werden wir dann hier so tun, als ob. So. Und so. Ist denn der Grabstein mittlerweile draußen platziert? Würde mich immer interessieren. Ne. Taucht auch nicht mehr auf. Schade. 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 Da oben. Die Steine sind platziert. Mal gucken. Hm. Ich hatte doch 6 in Auftrag gegeben. 3 muss er gebaut haben. Ich freue mich wirklich auf die Alpha 11. Ah. Geht doch. Ich freue mich wirklich auf die Alpha 11. Ähm. Und bin gespannt. Ob es da mit den Bugs dann ein bisschen. Ja. Ein bisschen weniger schlimm ist. Dass wir da ein bisschen entspannter an die Sache rangehen können. Und weniger häufig auf die Schnauze fliegen mit solchen Kleinigkeiten hier. Das äh. Ist zwar irgendwo hier teilweise auch lustig. Und. Man kann damit umgehen sozusagen. Man lernt damit zwangsläufig umzugehen. Das ist echt die Pyramide geworden. Das ist. Naja. Gut. Was soll's. Ähm. Ähm. Man kann damit lernen umzugehen sozusagen. Aber es ist trotzdem nicht schön. Also. Da muss äh. Hoffentlich mal was passieren. Und. Da wird dann in der Alpha 11 vielleicht die Sache ein bisschen angenehmer für uns. Ich hoffe es. Weil das. Als gutes Zeichen werde ich auf jeden Fall. Dass sich die Entwickler mit der Alpha 11 richtig Zeit lassen. Und die ähm. Die jetzt nicht hier irgendwas äh. Hals über Kopf versuchen. Zumal das Spiel jetzt auf Steam released ist. Und dann irgendwie ganz dringend ganz schnell was Neues äh. Äh. Schmeißen wollen. Sondern. Äh. Ähm. Würde ich auch vorschlagen. Verabschiede ich mich. Aus. Buxtehul. Aus. Unserem Dorf. Der Pyramiden. Schlösser. Schiffe. Und vor allen Dingen. Monströsen Statuen. Die. Immer noch nicht so ganz fertig sind. Ne. Braucht alles seine Zeit hier. Aber wir haben sehr sehr vieles erreicht. Sehr sehr vieles gemacht. Äh. Viel Spaß gehabt bei der ganzen Sache. Ist hier hinten das Ding denn mittlerweile gebaut? Auch nicht. Also das funktioniert auch nicht. Das funktioniert auch nicht. Also insofern. Das sind so ein paar Sachen die einfach jetzt noch nicht so ganz wollen wie sie sollen. Und ähm. Ähm. Ehe wir uns jetzt hier mit dieser kleinen futteligen Detailarbeit herumschlagen. Sage ich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser erneuten kleinen Staffel von Stonehearth. Und äh. Bei der nächsten. Ich nenn's mal Staffel. Also wenn wir hier das Game in der Alpha 11 dann wieder auskramen. Geht's dann weiter mit dem Community Dorf. Dann könnt ihr euch wieder bewerben. Ich mach das erneut. Das heißt also die die sich letztes Mal um Namen beworben haben werden wahrscheinlich auch wieder dabei sein. Aber schreibt's bitte einfach erneut in die Kommentare rein. So dass auch andere wieder eine Chance bekommen. Im Community Dorf dann dabei zu sein. Wie und was und wo. Das äh. Erzähle ich. Dann bitte jetzt noch nicht anfangen da sich zu bewerben. Sondern das kommt dann entsprechend sobald das Dorf gegründet wird. Und wir dann zusammen dort loslegen können. Das äh. Ja. Ich hab so eine kleine Vorstellung wie ich das. Oder was ich gerne bauen würde. Bin da allerdings völlig flexibel. Wenn ihr also andere ganz tolle Ideen habt. Was ihr gerne mal sehen wollt. Das könnt ihr jetzt noch fleißig reinhauen in die Kommentare. Da bin ich euch auch sehr dankbar für. Eventuell neue Gedankengänge die ich so noch gar nicht hatte. Und ähm. Jetzt ist der Endskünd schon wieder fertig. Aber ich noch nicht. Und äh ja. Und dann schauen wir mal was wir dort auf die Beine gestellt bekommen. Ich hoffe ihr seid zahlreich wieder dabei. Ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel. Falls es jetzt. Je nachdem wie lange es dauert bis die Alpha 11 kommt. Und ein paar Tage Wochen vielleicht sogar ein zwei drei Wochen Pause gibt. Je nachdem wie lange es halt dauert. Aber ich denke mal Buxtehude ist jetzt soweit erst mal fertig. Ähm. Und wir haben viel experimentiert. So dass wir uns dann auf das neue Projekt vorbereiten können. Freuen können. Und auch mal so eine kleine wohlverdiente Pause vielleicht haben. Also. Bis dahin. Vielen vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen hoch wenn es euch gefallen hat. Und macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Larry?